Ameisen können sehr unbeliebt sein, wenn sie sich an einer ungünstigen Stelle im Garten oder auch in der Wohnung breit machen. Das kann nämlich für sehr viel Chaos sorgen. Sie bringen Blattläuse an eure Pflanzen und beschützen die auch, damit sie den leckeren Honigtauch von ihnen melken können. Andere Ameisenarten bauen auch ihr Nest gerne unterirdisch. Und da kann es dann sein, wenn sie in der Nähe von euren Pflanzen ihr Nest bauen, das halt dadurch eine Instabilität für eure Pflanze dann bildet, weil durch die ganzen Bodenbewegungen die Wurzeln sich von euren Pflanzen nicht richtig ausbilden können und die dann eventuell umkippen können oder einfach nur schlecht wächst dadurch. Außerdem passiert es mir ab und zu mal, dass ich in hohem Gras zum Beispiel bei meiner Wildblumenwiese Nester von Ameisen nicht sehe und da reinsteige oder auch bei mir im Folientunnel, was ja momentan der Fall ist, da sind Feuerameisen, die bauen ein bisschen mehr unterirdischer. Und wenn ich da halt da in der Nähe dann reinsteige, dann kommen sie überall raus und krabbeln mir dann den Körper hoch. Manchmal gibt es dann ein paar Stiche und je nach Ameisenart tut es halt mehr oder weniger weh. Als Erwachsener ist das jetzt vielleicht nicht so das Problem, aber für die jungen Eltern unter euch, die jetzt zum Beispiel Kinder haben, das kann dann für ein bisschen Turbulenzen sorgen, wenn dann mal euer Sohn oder eure Tochter wegen einem brennenden Stichtel dann anfängt zu weinen. Seit drei Jahren habe ich diese Feuerameisen bei mir im Folientunnel und bis jetzt haben sie mich eigentlich nicht richtig viel gestört. Dann habe ich sie gestört, wenn sie mal ihr Nest irgendwo fernab aufgebaut haben, weil ich da versehentlich reingestiegen bin, dann sind sie halt immer wieder auf meinen Fuß rumgekrabbelt, da ein bisschen gestochen. Ist halt so eine Art Abhärtung, ist jetzt für mich nicht ganz so schlimm. Aber dieses Jahr haben sie jetzt mal ihr Nest unter einer Tomatenpflanze bei mir gebaut und das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben, damit die Pflanze jetzt deswegen instabil wird oder auch schlechter wächst. Es gibt einige Hausmittel, die man bei Ameisen anwenden kann. Einige davon sind sogar für sie tödlich. Ich habe mich jetzt für dieses braune Pulver hier entschieden. Und ich glaube, jeder kennt das von euch, merkt man schon an einem Geruch, dass es Weihnachtszeit ist und das ist Zimt. Genau dieser Geruch sorgt für eine Irritation bei den Ameisen und deswegen auch an den ätherischen Öle, die für einige Insekten auch giftig sein können und deswegen meiden sie auch den Zimt. Also habe ich den Zimt in die Hand genommen und um den Bereich der Tomatenpflanze rumgestreut, damit die Ameisen ihr Nest woanders hinbauen. Genau das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen, warum ich hier Zimt nutze anstelle von Backpulver oder anderen Sachen, die eventuell die Ameisen töten können, weil Ameisen sehr wertvoll bei uns im Garten ist. Die übernehmen sehr viele Aufgaben und ich möchte sie halt nicht verscheuchen. Ich möchte einfach mit dem Zimt klarstellen, hey, hier bitte nicht, macht bitte euren Nest woanders, damit man hier so eine Art Kooperation hat bzw. auch eine Grenze. Sie lockern den Boden auf, beseitigen totes Material, wie zum Beispiel veränderte Tiere. Außerdem gibt es einige Ameisenarten, die sogar Pilze heranzüchten. Sie können auch an der Bestäubung mit beteiligt sein und sie verbreiten sogar noch den Samen von Pflanzen, damit die sich hier besser fortpflanzen können. Alles Gründe, warum ihr zum Beispiel diese kleinen wunderbaren Insekten bei euch mit im Garten haben müsst, damit ihr ein ausgeglichenes Ökosystem habt. Von daher bringt die wertvollen Insekten hier nicht um, schon gar nicht mit Chemie, weil letztlich schaltet ihr euch damit nur selber, auch wenn ihr das nicht sofort mitbekommt. Nutzt lieber solche Sachen wie Zimt. Und was ich auch schon gemacht habe, man nimmt einfach einen Terrakottatopf, tut sie über das Ameisennest umgedreht überstülpen, wartet dann einige Tage, bis sie ihr Nest oben aufgebaut haben, dann nimmt man eine kleine Handschaufel, schaufelt da das alles in den Terrakottatopf, schaut, dass da genug Eier mit dabei sind und bringt dann den ganzen Terrakottatopf an eine Stelle, wo sie dann nisten dürfen. Dabei werden eine ganze Kolonie dann mitreisen, weil sie natürlich die Eier beschützen möchten. Schließlich möchten diese Tiere auch ihre Fortpflanzung gewährleisten. Von daher nicht gegen die Natur kämpfen, mit der Natur kooperieren und hier ein Miteinander schaffen. Und die beste Kooperation ist, wenn ich dich im nächsten Video hier wieder begrüßen darf.